Hör auf mit Kicken, Alter! Ach, hör doch auf! Seid Arschlöcher! Black Friday... Oh, das wird einfach! Bei Black Friday hätte ich schwarze Menschen gemalt! Ja! Ich glaube, ich sollte das nächste Spiel starten, ne? Was ist das? Ein Hund! Kann man nicht die Leute geben? Nein, das ist kein Hund! Doch ist es! Ha! Das ist so dumm, Alter! Ich bin faul, dafür schmeiß ich mich nicht raus! Easy! Ich werde erstmal ein bisschen durchfallen! Ach man, ich war vierter Platz, Alter! Oh! So, Ralf! Wie kann man doch auf die Leute kicken, Alter! Na, unten steht Kick! Oh, du Lachs! Lachs! Unten steht Vote Kick! Ja, soll ich drücken? Ja! Was ist das? Das ist so einfach! Ähm! 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 Oh, ne! So, das sind die Augen! Ach so! Ah! Das ist so... Alter, what the fuck! Das ist so einfach! Warte, wir ratieren das nochmal kurz weg! Irgendwas Vierbeiniges! Ja! Oh! Wie hat er eine Tonne wiegt? Was ist das? Nicht nur ne Tonne! Guck doch... Guck doch mal auf die... Oh, auf die... Hier! Hä? Hä? Es fängt mit K an! Hä? Guck mal Luke, was magst du so sehr? Ja, Katzen! Ja! Und wie nennt man sie anders? Wenn sie noch klein sind? Katze? Kleine Katze? Wenn sie noch klein sind, wie nennt man die dann? Nein! Andere... Andere Bezeichnung! Andere Bezeichnung! Als Katzenbaby! Als Katzenbaby! Klett... Katzenbaby! Ich bin einfach nur gut, weil ich schreiben kann, im Gegensatz zu den anderen! Moschee! Was ist denn Moschee? Ups! Kettchen! Ketzen! Kätzchen! Ja, Kätzchen! Ich kann nicht schreiben, okay? Ja, oder? Digga, keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Kätzchen! Ich kann einfach nicht tippen, okay? Ich bin... Ich hab Legaszenie hier! Ach du bist halt dumm! Okay, da kriegst du jetzt 500 Punkte mehr, okay? Ich bin für extra Punkte wegen Legaszenie! B100-Monus! So wie Hartz IV irgendwie! Wieder vier! Oh yeah! 3D! 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 Stark! Zimmer! 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 Raub! Was ist das? Warte, warte, warte! Digga, der hat seinen Schlung rausgeholst, Digga! Toilette! Was ist das da? Nein! Nicht das! Eine Toilette! Nein! Sensiert! Ja! Hä? Warum weißt du das? Weil es so offensichtlich ist! Die Toilette! Er pisst in die! Das ist eine Toilette! HÄH?! Der hat sich nicht so viel sagen, Denise! Das ist so dumm! HÄH?! Der hat sich nicht so viel sagen! Das Idiot ist in das Land! Wir sind gescheißen! Sie sind einfach keine Komplikation! Ach! Nee! Hä? Dumm! Das ist ja... Ach so! Er ist so dumm reingestimmt! Ja! Peace in die! Äh! 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 Ah! Scheiße! Das waren nicht so weit tausend Punkte! Jetzt müssen wir den Kickquote starten! Ja! Einfach! Hallo! Ich hab nichts gemacht, Alter! Ich hab's nur gesagt, Digga! Ey, du brauchst maximal nur drei Stimmen, um heute zu kicken! Was? Äh! Nein, nicht noch mehr! Das ist doch dumm! Nein! Nicht! Hör drauf! Das ist doof! Ich darf nicht! Wer ist denn Schrepp? Ich muss jetzt nur noch alle mit vielen Punkten kicken! Wer ist Schrepp? Hä? Äh! Ach, wer ist Lars? Ach, Lars, lol! Ja, nee, da kann man ihn kicken! Hä? Ach, meine! Was? Das war doch mein Feist! Wie, Mann! Ein Baum! Das ist doch dumm! Jetzt muss ich mich mal hier richtig anstrengen beim Zeichnen! Nein, ich kicke! Es ist dumm! Nein, das darf man kicken, aber sonst nicht! Gut, ich hab gewonnen! Gut! Ey, ich kann nicht mehr rein, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, du hast gewonnen! Was ist denn das? Ich weiß es nicht! Kann ich zeichnen, ich bräuchte ein Mausbrett dazu! Ich bräuchte ein unnötiges Pad dazu! Ich geb' ja einfach gar nicht mehr die Mühe, irgendwas reinzuschreiben, weil es ist einfach scheiße aus! Hä? Tornado! Tornado! Was ist das? Das ist der Tornado! Das ist kein Tornado! Was ist das? Dino! Habe mit Vogel zu tun! Hä? Dino! Ach, mit Vogel, Digga, ich hab grad gewittert! Hä? Es heißt Starboar! Gewittert! Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht! Sieht grauenhaft aus! Also wirklich! Wie gesagt, ich bräuchte ein Pad zum Malen dafür zu filmen! Du könntest das so schön nur aus einzelnen Strichen machen! Kann ich! Will ich aber nicht! Ne Rackquete! Ne Rackquete! Ach, Mann! Junge, es ist echt... Fado! Hör irgendwas! Hör irgendwas rein! Hör irgendwas rein! Das ist doch keine Fäder! Das ist so dumm! Und ich werde gekickt, ne? Ja! Oh scheiße, das ist großartig vorbei. Ja, ist jetzt großartig. Huzur disconnected from your channel. 4. Oh, Mann. Na komm, votet nochmal. Alle mit hohen Punkten müssen weg. Hallo, schau mal, das sieht voll gut aus. Was ist das? Hä? Erkennt es nicht, bis du blöd? Wind oder sowas? Hä? Flug? Also, der Hut ist nicht so schön, aber... Hä? Ah! Ah! Ja, weil... Hä, was meinst du? Nee, das kann's nicht sein. Hä? Ja, ja. Ja, ja, ja. Das sieht grauenhaft aus, Luke. Das ist sexy wie nie. Ja, doch, ja. Man muss... Man fehlt eine Katze! Nein! Ja, okay. Die fliegt... Ja, genau. Hochhexe! Hochhexe! Das ist ein Vogel, Alter! Das ist ein Vogel! Das ist kein Hexe, das ist Hexe! Das ist ein Vogel! Ähm, Ralf, Ralf, Ralf Rücken! Ralf muss noch zeichnen, dann musst du noch... Aka, die Nils... Ich hab's gewonnen! Deniz, hast du schon gezeichnet? Weiß ich nicht. Ralf Kicken, kommt! Hey! Ja, ja! Schnell kicken! Komm, schnell noch kicken! Ja, schnell noch kicken! Mann, Alter! So, jetzt ist es vorbei! Mach, 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 mach! Du 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 Du, Du 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 Bis zum nächsten Mal.